ja Faktor hat Dome die Westen man steht mit uns wo es kommt da wird klar was wir los lassen hier los Ich will nur noch mal rein. Was ist das? Da ist es! Nimm das! Kürt! Auf keinen Schraub! Stopp! Stopp! Was ist das? Was ist das? Ich muss nicht so leiten, oder? da rein oh wie viel Crap die da in meiner Meinung interessiert mich echt recht wenig Pumpgun Action möchte ich sagen ich komme Lisa ich habe schon gesehen aber ich habe gesagt, das ist doch eine Scheiße das ist ein schönes Koks und Krypp, 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 Goldkette, Krypp, oh 68 Dollar ja das hast du schon gesagt ist hier Lisa was war da? oh ein Relikt wie fresh ist das denn? das ist nur ein Video, sie ist nicht hier oh Mathiel ich will dass du sagst Mom, Dad Mom, Dad, ich liebe euch Mom, Dad wir gucken, dass ich das wahrscheinlich im Dauerloop an müsste das ist wahrscheinlich sehr erotisch kann ich mir sehr gut vorstellen wow tja, jetzt bringen die mich wohl zu was was geht ab bei was ich bin mal gespannt was der mir zu erzählen hat oh oh, die wollen's abfackeln aber ich bin immer wieder vereint mit meinen Freunden wiiiiii der standstango der hat dich tätowiert hm ich will wissen wer das gemacht hat hm die drei vielleicht, meine Schwester, diese Ratte hm jetzt bist du einer von uns denkst du, du bist jetzt wie ich? ja klar mal der Kalifornia Boy ist geil auf das Dschungelfieber meine Schwester kriegt ein Kugel durch ihren Kopf umgegelt genau wie bei deinem Bruder Grant f*** dich du bist sauer, Jason du bist sauer oh ja, I know that feel, Bro okay verstehe ich verstehe ich der hat ne Kugel in Rabel ich meine, aber ohne Familie, wer sind wir denn? früher hätte ich alles getan für meine Schwester ich hab sogar getötet für meine Schwester der Troll hat auch so einen Sticker auf seiner Kette nein, 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 bitte du weißt wie das mit der Familie ist, oder? die verdammte Familie die bringen Dinger das hättest du nie gesagt jedes verdammte Mal dann sagen sie zu mir was, was wer verweckt doch mal ist der wichtiger die oder ich ich oder die als ob echt, als ob die denken dass ich mich entscheiden müsste ich glaube, der hat ziemlich gescheitern an der Waffel oh ja es reicht es nicht, dich zu töten man muss dich auslöschen äh, nein ihre Haare glänzen es ist wunderbar bist du bereit bist für deine Liebsten zu schaffen oh, gleich brent sie weg oh oh, wer brent da weg? ne, der wurde weggebracht oh, 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 oh was jetzt? oh, was jetzt? er fällt um oh, er fällt runter oh, ich bin gefried ja, gleich wieder steuern oh, aua aua, aua, aua das fuck, sicherlich wie geht das? aber jetzt darf ich wieder steuern ja, steuern? ja, jetzt? oh, jetzt ja, und ich hab meine Waffen natürlich noch das, das das macht natürlich Sinn die haben sie ja auch nicht weggemacht was? was? uuuh, alles fackelt weg was? oh wo bin ich denn jetzt hier? hab ich wieder unten gelandet, oder was? oh, jetzt hab ich weggefackelt, oder wie? haaaaaa 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 das ist halt normal so, was? laufen, 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 hier hoch ja, alles ok jetzt hier rechts jetzt soll ich auf die Heroe schießen? ah, dann löscht das, alles klar ich muss auf die Heroe schießen hey ich hab da auf die Heroe geschossen, man stell dir mal nicht so an wie so ein Mädchen so wo ist die Ische? lisa, ich seh die Tür, ich komme bau mit der F-Machete hier, oder was, was jetzt? ah, weh Hilfe! 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 Äh, ja was, was jetzt? bewegt dich bewegt dich bewegt dich! Dramatik pur! oh ich halte die Hitze nicht länger aus! dann beeil dich, mein Freund alles wird gut, wenn du dich nur beeilen tust was? Hilfe! Hilfe! Ja, ich bin unterwegs! ganz ruhig, ich komme! da er ist tot! du musst ihn vergessen! er war doch nur dein Bruder, dein Onkel, dein... ich weiß nicht nicht jetzt spring! hhhhh! dong! lass dich kopfschmeißen dong! ooooh alles in Ordnung! ja, mir geht's gut! ich bin doch gerade gerüst rund dem Scheppern da drüben! der Wagen wir haben jetzt eine weitere Freund befreit das geht also voran jetzt lauf! oh, ich darf schießen! oh, ich darf schießen! Mohun! Mohun Action! ich darf schießen! er springt nicht ran! oh, der darfst der Mann! oh, jetzt darf ich schießen! du schütze den Wagen! ja, womit beschützen! ah, da! jetzt nimmt er was auf! oh, oh, oh! pamp! bumm! bumm! NICHTS! nicht! wie soll ich damit klarkommen? du machst das schon! das macht doch Spaß! wir schießen nach uns! ja, tschül! was machst du denn? du schießt auf dich, Jason! ja, was soll ich sonst machen? nicht zurückartig! du bist keine Hilfe! ja, ich bin keine Hilfe! war geradeaus! ich schieß immer daneben! ich soll ruhig bleiben, wenn der auf mich schießt! ich hab ja nicht einmal daneben geschossen, Mann! haben wir nicht so'n Dünnfels, mein Gott! Hände auf! 10 von 2! 10 von 2! dann fahr du doch! bumm, bumm, bumm! die Musik mit rund! wup, wup! oh mein Gott! oh mein Gott! oh mein Gott! oh mein Gott! keine Straße! geht nicht! sag mir! die wollen! oh, oh, oh daneben! oh, da war es erst mal daneben! oh, komm! hau rein! ich kann nicht vor uns zielen, doch jetzt! jetzt! dann komm ich! oh ja! nachladen! nachladen! bumm! alles klar! ich hab jetzt! los, 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 los! man muss gut! was ist Terpentine? Terpentine! Terpentine? brennt? oder, oder wie oder was? wir hängen sie ab! ich muss gleich kotzen! schneller, schneller! jetzt fahr man! kotzt die nicht rum! geil! diese fit! haha! großartig! er hat schon richtig Spaß dran, merkt man, ne? oh! hättest du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich! es ist ein alt drauf! ok, hör zu, ich mach das schon! weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht, bin ich sicher bei Keith und Daisy! was ist mit Riley? ich weiß nichts von Riley und... Willi ist tot oder wer will das? was ist mit froh'n? In Sicherheit! na los, ich bring dich weh! wir gehen jetzt nicht zur Ischit 2.0 zum Drogendoktor ich weiß nicht ob es eine gute Idee ist, dem Drogendoktor sooooo.. sehr zu vertrauen Ich wäre da vorsichtig. Durchaus vorsichtig. Dschuldige Tagebuch, my Uplay Achievement Day. Ich mich gerade freue. Uplay. Darf ich das Fähig? Ich werde einen Punkt damit verteilen oder immer noch nicht. Ach Gott, ich muss ihn lesen. Ja. So, bekomme ich hier irgendwo jetzt meinen Flammelwerfer? Ja, hier. Granatwerfer? Ein spezielles? Ja. Was? Ein Universalwerkzeug? Eine Leuchtpistole? Einen Rekuga-Bogen? Nein. Einen Flammelwerfer! Oh! Oh! Okay. Ähm. Wo ist die meine Waffen jetzt nochmal aus? Na die Waffen los? Ähm. 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 Was ist das denn da? Annähe rufen. Wer braucht denn sowas? Beutebeter? Oh nein, hier kann man Karten kaufen oder was? Alter, was die alles reingepackt haben. Na ja, den Granatwerfer von vorne kann man ja auch kaufen. Ist ja cool. Kann ich hier eigentlich also für Sturmgewehr irgendwie so ein Zielvisier kaufen? Ja, keine Visiere dabei. Alles okay. Ähm. Ähm. Spezielle Sklammwerfer. Ja, aber wie rüste ich den Karten aus? Wie rüste ich den Karten aus? Ähm. Die Stole braucht kein Mensch. Vielleicht nehmen wir mal den Boden mit. Gut. 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 Was haben wir jetzt dabei? Genau. Sind wir noch... Ja, und so.